Ich fliege wem nach, Calavera oder Schocki? Ah, ich sehe Theos, Theos sehe ich. Und Sambia, jetzt geht's wieder los, gut. Auf wen? Evil Cis hat es gerade beim Tweet geschrieben, You have people using Shields Exploits. Da muss ich ihn ausschlecken. Ich habe gerade Zeit für einen Scheiss. Okay, kann ich auf dich sprengen? Du kannst auf mich sprengen, Beacon ist gesetzt hier. Alles klar, ich glaube. Wer ist, Semperviren oder wen? Semperviren, wieder schön in der... Ah, da geh ich jetzt mal drauf. Semperviren? Ja, Semperviren, geh jetzt mal drauf. Alle entkommen. Alles klar, ich spreng gleich los. Jungs, die kommen da auf mich. Wahrscheinlich nehmt ihr den Semperviren separat. Der fliegt mir übrigens da her. Der passiert, fünf Kilometer. Ja, Jungs, die haben mich als Ziel gesetzt. Ich flieg da ein bisschen weg, dann könnt ihr den Semperviren knallen, okay? Ich bin dabei, ich bin am Semperviren dran. Ich bin am Semperviren dran. Okay, bin zurück im Gefecht. Da ist Dristow irgendwann wieder. Da ist Dristow irgendwann wieder. Tomski, an wen bist du dran? Er will Tiss. Und jetzt? Ja, ich bin jetzt. Sie sind alle bei mir. Sie sind alle bei mir. Semperviren? Ja. Okay, Jungs, ich schläge sie ab, soweit ich kann. Sie sind alle auf. Fertig! 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 Target shield offline. Frameshift charge detected. Wer hat Shoki, hat er die Zeke genommen? Ja. Oops. Target destroyed. Target shield offline. Target shield online. Oh, ich hab vier hinten dran. Ja, flieg schon raus. Ja. Ah, das hat er geklappt. Geht das Ziel vorsichtig? Ja, wirklich, geht da ohne Schilde rum. Tavis, du hast zwei Mann am Arsch. Ja, flieg schon raus. Ja, vier Mann. Und eine Anaconda. Ja. Ja. Geht auf Virake. Virake. Ja, ich flieg mal kurz in Sicherheit. Warte, bis die Schilde aufgeladen sind. Ja, geht auch auf Virake, also wechselt auf Virake. Danke. Danke. Von mir jeder. Ich bin jetzt schon mal悦ig inRAgel. Warte, ich bin jetzt schon mal wieder. Ja, der Viren, ich bin jetzt schon mal wieder auf Versuch. Ich habe schon die ganze Zeit auch eine Schilde. Okay, ich bin 16 Kilometer weit weg und lade die Schilde auf. Wir waren gerade kein Schilde mehr. Welcher Ziel? Wir haben hier, oder? Ich habe selbst probierende Riesenurde, oder? Ich glaube, wir sind zu weit Backdome-Ski. Wenn du die Schilde aufleitest, dann kannst du wieder eine Zellbank zünden, wenn es so weit ist. Proof, gehen du es? Keine von uns, oder? Target Killed offline. Pinkies, ich flieg dir nach, ich bin zu weit weg. 70 Kilometer bist du. Ja. Hier ist aber ruhig. Ja, okay, wo soll ich hin? Na, da wird leuchtet. Welche haben wir nicht wissen? Scheinten mir alle weg, scheinten mir alle weg. Okay, du schießt doch noch wie Eurer. Nein, du schießt nichts mehr, ich bin fertig. Ich habe jetzt fünf Mann abgeknallt, das langt. Cool. Haben sie bei dir Schüsse schon gegeben? Nein. Okay. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe die Schüsse. Baby ist bei dir ruhig, oder was läuft? Doch, es wird beschossen, schon beschossen. Erleuchtet da die Arbeiter. Ah, es ist den Behörden. Der muss wegmachen. Ich sehe keinen hier. Ich sehe nur unsere Leute. Da hinten blitzt es. Ja, wir haben gerade noch einer erledigt. Das ist, das ist, das ist NPC. Was bei mir blind ist. Aber es ist gerade noch Geschäfte bis oben. Ja. Ja. Ach, das ist, äh. Okay, schießt. Das ist NPC. Das ist NPC. Alles klar. Fintasis oder Sansak, sagt Ragnar, wer noch, hätte noch was. Wo sind die? Ja, weiß ich nicht. Ragnar selber repariert gerade. Fintasis ist, äh, weiß ich nicht. Ja, ich bin mit dem Ring, aber ich sehe den gar nicht. Ach, da ist er. Aber der ist bei mir in der Nähe. Ah, hier, Cavalero beschießt mich. Hölfe oder was? Ragnar, sag. Loki, siehst du jemanden oder schießt du auf der NPC? Nein, die schießt auf NPC. Die schießt auf NPC. Die schießt auf NPC. Ja, ich bin. K-K-Kaß, kannst du mich nicht sagen? Der ist ja roher. Jetzt hört mal auf. Dich kann mich mal einen Wing einladen, weil ich sehe hier niemanden. Dann spring schnell raus und nochmals rein. Ich sag dir, weil ich bereit bin. Okay, ich habe eine Vulture auf dem Radar und eine Anaconda. Okay, das ist Ugi. Und die Vulture? Vingys. Nein, der Vingys. Eisenberg habe ich hier. Okay, Goche. Okay, Goche war es. Ja, ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich habe dein Ziel übernommen und einfach losgefallert. Reckner sagt schon, wir sollen aufhören.